Japsen Part Oh, das ist Dein, da? Ja Ey, da steht wirklich wie bald Dinner drauf It's up Nee Aaaaah Hey, das ist Willy Wonka Schokolade Willy Wonka, Willy Wonka Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Heute geht es mal um eine YouTuber Challenge in Master Builders Es geht darum, das Thema zu treffen und dabei einen YouTuber einzubauen Und zwar einfach mal den Minecraft Skin Kopf zu nehmen Und mit dabei habe ich heute Turanimo HD Servus So, wir nehmen Dena Ja, Dena Allah Oh, King Oh Gerade eben hat man Mr. Moor Game Gerade eben hat man Mr. Moor Game Ja, okay Ich nehme den mit den, ja, den, ich weiß nicht, welches das jetzt ist, aber ich fange jetzt einfach mal an Ist ja egal Ich hätte mir ein größeres Bild aufmachen sollen Ja, geht mir genauso Ah, okay Ich muss echt ein größeres Bild aufmachen Das wird auf jeden Fall so Wow, das wird auf jeden Fall Wow, everything is awesome, Allah Boah, ich weiß gar nicht, wie ich da bauen soll, oh ne, ich hab grad eh gefailt, ich hab grad eh gefailt Ja, wieso? Weil ich einfach gefailt hab Ja, wieso, was hast du denn gemacht? Ja, ich hab einfach falsch, ich hab einfach falsch angefangen zu bauen, so Kann man denn Dena falsch bauen? Nein, ich baue noch nen Stuhl Du baust nen Stuhl mit Dena? Ja Den klassischen Dena Stuhl? Ja Du baust immer nen Holzkopf Du baust immer nen Holzkopf Du baust immer nen Holzkopf Ja, weil das einfach Standard ist Holzkopf? Ja Ja Ja, ich bin ja mal gespannt, was ich hier noch baue Hatte ich gesagt Wie mach ich das am besten? Wie rette ich das jetzt noch? Ja Oh nein, meins sieht überhaupt gar nicht gut aus Nein, nein, nein Meins ist echt furchtbar Deins sieht bestimmt besser aus Nee, niemals Oh, ich glaube schon Oh, die Haare, Alter, nein, das gibt's nicht, das gibt's nicht Hast du den nackt gebaut oder was? Ja Ach du auch Ich hab auch erst den nackt gebaut Wieso bauen wir alle Dena nackt? Okay, man erkennt ihn Man erkennt ihn ein bisschen Also ich würde sagen, man erkennt ihn bei mir auch War nicht so wunderschön, aber man erkennt ihn ja Also ich glaub Ich hoff, ich glaub, meins ist nicht mal das hässlichste, glaub ich Bei mir auch nicht Ich glaub, die Leute bauen immer so richtig scheiß Zeug Ich glaub, noch einen schönen Gold Partikel oder sowas So schön? Dein Kopf ist nicht so schön Oh Oh, das ist ein bisschen wenig Hallo, sind wir hier bei Sturmwaffel oder was? Das ist ziemlich wenig für 5 Minuten Das ist voll hässlich Und warum ist hier ein Feuerring? Wo ist hier ein Feuerring? Na oben, über ihn drüber achtest du mit deinen Partikel aus oder was? Keine Ahnung, ich seh keine Partikel Oh, das ist cute, oh das ist cute, alter Aber schau mal, der Umhang hat er nicht ganz geschafft, deswegen Es hat er nicht ganz, ja, aber trotzdem It's okay, weil es ist besser als das davor Auf dem, ja ich gib sogar gut Aber immer noch schlechter als deins oder meins Weil das hat er das Thema nicht getroffen Wo ist Dena, hat einer geschrieben, wo ist Dena Ey, cool, ein Fußballer What's up Ey, cool, mein Eisableaning Ach, der wollte Stegi bauen Naja Hallo Dena Nicht Stegi Idiot Richtig nice Ich hätte ihn ja Wow Everything is Awesome gegeben Er ist das richtige gebaut Hä, wie soll ein Weihnachtsmann, was ist das falsch? Hä, hä? Thema mega verfällt, aber ganz schön Ist der Weihnachtsmann ein King, oder? Den Bart, der nicht machen soll Ey, das wäre eigentlich ganz cool gewesen, ne? Am Ende Das sieht aus wie so ein Japsen-Part Oh, das ist deins, ja? Ja Ey, da steht wirklich überall Dena drauf Mit's ob Ne Ah Hey, das ist Willy Wonka Schokolade Willy Wonka, Willy Wonka Ach, Mann Boom, boom, boom Ich fand's war awesome, Mann Ich nicht Aber ich hab mich leider verklinkt Oh, cool, ey, Dena Oh, das ist ja mal nice Hey, mit Leuchtfeuer sogar Schau mal Alter Wie ich den auf den Thron hier gesetzt hab Sogar mit Throne verstanden Alter Ey, cool, ne? Boah, Dena, Alter Äh, Dena? Ey, everything is awesome, Mann Dena Everything is awesome Oh, der Krone Boah Alter, fuck Der ist gut, Alter Alter Alter, der ist nicht schlecht Aber der hat keine Hände Und die Krone ist nicht fertig, ne? Hast du groß gedacht Das ist auf jeden Fall gut Ja, mich halt auch Wenn du auf die Arme dran gewissen Wird ich sogar Amazing gegeben, aber Ja, ja Auf jeden Fall So, naja Schaut ein wenig leer aus Bin nochmal gespannt Wann meinst du dran kommt Ja, Deins ist immer so schauspät, Alter Bird Ähm Cool, Alter Meister bleeding Angry Birds Dena Dena, Dena, Dena Ich weiß, warum er einen König gebaut hat Weil er auch diesen Nikolaus Skin hat Guck Er ist auch Der Weihnachtsmann hier Ah, ist das ein Nap, Alter Und cool Das ist ein Geschenk Das ist auf jeden Fall Meister bleeding Ich geb auch Meister bleeding Weil das sieht richtig scheiße aus Ich find's auch übelst gehacky Alle... Das ist Deins dann, oder? Was? Das ist Deins hier Ja, total Inquired Oh, da kommt wieder der alte Holzkopf Alle die Jungen, was hast du für Augen gemacht? Ja Hätte ich Schlitzaugen machen sollte Oder was wollen Das halt rausstehen Ja, hier fehlt noch so Weiß Ja, ich weiß, aber das hätte dann total lässig ausgesehen Da hast du ja eins in die Mitte weitergemacht Aber, naja Egal Oh, Mann Hey, was hat der hier für einen Eisenblock im Gesicht? Das ist ein Pickel Hä? Warum hat der da einen Zaun? Das ist okay Ich versteh's nicht Das soll eine Fliege darstellen Oder halt so was, wo das zusammenhält Hier diesen Umhang Vorne rum So Knöpfe oder so Ach so, aber warum bist der dann hier oben? Was sieht dumm aus? Ja, ist doch okay Was? Der hat gewonnen? Alter, du hast sogar Merkungen wie ich Und ich bin vor dir Alter, warum? Nice Weil meiner einfach viel süßer war, ja? Leute, wenn ihr die Dena Challenge nicht versteht, weiß ich auch nicht Okay, das war's jetzt erstmal mit der YouTuber Dena Challenge Wir nehmen jetzt gleich noch eine Folge auf Und ja, bis gleich Servus